Im Moment gibt es für das klassische Sparen kaum mehr Zinsen. Und diese sogenannte Niedrigzinsphase wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Durch die Inflation haben deutsche Sparer allein letztes Jahr etwa 40 Milliarden Euro verloren. Deshalb ist es erforderlich, sein Geld anders als bisher anzulegen, um den Wert des eigenen Vermögens zu sichern und wieder Ertrag zu erzielen. Wichtig ist, bei der Geldanlage auf einen guten Mix zu setzen. Es geht darum, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einerseits Ertrag, andererseits Risiko zu erreichen. Und gerade heutzutage ist es wichtig, dass man ein gewisses Risiko bereit ist, auszuhalten oder zu akzeptieren. Sonst kann man keine Rendite letztendlich einstreichen. Wertpapiere sind dazu eine gute Möglichkeit. Und eine gesunde Mischung in der Geldanlage. Diese Regel gilt grundsätzlich für jeden Anleger. Je nach Risikobereitschaft verändert sich dann die Aufteilung in der Geldanlage. Genau darauf achtet die Stadtsparkasse München. Wir reden sehr ausführlich mit dem Kunden. Vor allem über seine Ausgangssituation, seine Ziele, aber eben auch über die Risikobereitschaft. Und die Berater sind da sehr erfahren und machen das anhand von dem Sparkassenfinanzkonzept, dass sie das Gespräch dann systematisch auch durchführen. Auf dieser Basis gestalten wir dann zusammen mit dem Kunden den optimalen Anlagemix für ihn. Und zwar dann halt genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt, aber auch seine persönlichen Präferenzen finden da Berücksichtigung. Und insgesamt ist das dann wie so ein Maßanzug, der dann auch zu ihm passen soll. Wichtig ist dabei noch, dass man sich auch in regelmäßigen Abständen immer wieder zusammensetzt. Denn da kann man dann nach aktueller Marktlage und nach seiner vielleicht veränderten Risikosituation das Depot neu ausrichten. Und so dann auch den bestmöglichsten Ertrag dann generieren. Dabei bietet die Städtische Bank ihren Kunden eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten. Aktienfonds, Mischfonds, Zertifikate, auch ETFs, also Indexzertifikate, die sich letztendlich am DAX orientieren. Und wir suchen weltweit die besten Fonds von nationalen und internationalen Kapitalanlagegesellschaften für den Kunden heraus. Der Fondsmanager wiederum hat dann ein Fondsuniversum von zum Beispiel 80 bis 120 Werten, aus denen er dann das Beste auch wiederum für den Kunden rausholt. Weltweit, in vielen Ländern und investiert und in vielen Branchen. Und der Kunde muss sich in der Zeit um nichts kümmern. Das Gleiche bietet man natürlich für Immobilien an. Es gibt noch eben Immobilienfonds. Aber wir unterstützen den Kunden auch beim Kauf seiner eigenen Immobilie zur Eigennutzung oder zur Kapitalanlage. Und last but not least, natürlich Edelmetalle, Goldmünzen, gehören Sie auch bei uns erwerben. Ich freue mich, wenn Sie zu uns kommen, sprechen Sie mit Ihrem Berater und lassen Sie sich die optimale Vermögensaufteilung aufzeigen. Somit kann eine gute Mischung in der Geldanlage bedeutend mehr Erträge bringen, als wenn man alles nur auf ein Pferd setzt.